was haben wir jetzt gehen dann erichsen bist du es ganz gerne 21 ganz gerne bei jeder leckt wieder jemand hier ja das ist mein gott was nicht schon wieder mit dem wix internet hier los kleine mädchen naja was kleine mädchen ja ja dinge schreibt ja da man muss ja kleine mädchen also adriana ich wusste ich wusste nicht das kleine mädchen das ja stark torwart wahrscheinlich komplette dänische mannschaft nachgemacht ich habe nicht mal was gedrückt abseits schon nicht mal was gedrückt oder so offline ist auf k das drin belotti da ich dich gerade sehe den fifa karte muss ich auch noch weiter spielen ich habe ein italienisches team ich habe eigentlich gar nicht ich habe einfach einen zusammen gebastelt irgendwie ich habe ich habe ein halbes iconteam ich habe ff dings gezogen kloster waren gestern das ist jetzt auch schon zum achten mal ach weiß hallo kommt hier das spiel gerne gucken ihr schlampen ach Jimmy mach doch hier zu mir geht doch oh Junge ich mache die ganze doppelpass mit dem und jetzt macht er so eine scheiße rf da spielt keiner mehr alle nein auch lukas mir wird gesagt wir sollen nicht mehr alle spielen wäre das gesagt wir hätten das gesagt der fahrer nach hofer sagt er braucht ja weil ich glaube wir ja muss vorraten nichts zu sagen und er sagt nur welche haltestelle kommen wir nicht ich kann doch ich kann dann auch wieder alle machen der typ macht einfach fallrückzieher und hämmert den 30 kilometer über das stadion der italiener ja ja was denn jetzt wird was denn jetzt kann ich noch was ist so noch nicht nach spiel muss ich mal aufs klo ich habe gesagt ich bin safe nach links kurz oder da kommt ein auf lösung da was für ein ding ertragsauflösung gibt das ja dann mach du erst mal so viel der war nix der spiel auf eine komplett andere position eierkopf wo stark befahren der puffer stark das ist als wenn du müller saß man manchmal so viele tore wie lewandowski obwohl er auch komplett andere position die grafik so scheiße alter grafik spielt auf ps2 oder was dieses spiel auf magenta tv junge die grafik ist eigentlich marschallah ist die leinwand im bus so scheiß oder was los ist kaputt hast du für ein bus damit wir fahr ich nicht mit das ist bestimmt so ein verpester stadtbus also der folge stort ist alter heppie bus ich muss ich noch mal umbenennen alter fahrner busfahrer nämlich einfach nur busfahrer ja schön ja das ist dann erstellt das gesteuert selbst gesteuert ja merkt man doch hier mag alle typ stand doch mal noch mal was macht den markt da die haben eine rote ja das war zwei märter gleiche macht das ding jetzt rein macht das ding was was geht denn mit dir ups man boah der war ich dachte wärs gut da drin der wer ist für dich scheiße gib mir 11 dann lass doch irgendwas anderes schießen alter ich hab dir ich hab dir elf mit ich hab dir elf meter gegeben weil du dir die besten stats von uns allen hast ja warum äh ja ich glaub ich will noch schlafen du quadratkopf ja woher soll ich denn wissen warum er macht den ut alter ich glaub's nicht was schiel flanke nein flanke nochmal nein ruck mal oh oh hey du sind einer weniger in der abwehr das müssen wir jetzt ausnutzen das gibts doch nicht oh oh ja geworden oh 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 was ich grade zeigen jetzt ist ein see aus was halt das wäre da hinten der hat denn nicht außerhalb du kannst lang spielen da ist kein abseits der hebt das abseits auf die Wärts jetzt mach das Tor ab wenn ihr's nicht macht jetzt mach das ding was oh ok Ich bin Kapitän, ich stell dich gleich hier einfach in die Apfel. Ich bin zu ausgewechselt. Ich krieg ja nicht mehr... Ja! Nein! Das gibt's nicht. Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das für ein Spiel? Oleg! Meine Gott, so viel Scheiße! Das Schlimme, das guckt nachher. Da hat sich bestimmt auch ein Asteroids. Jetzt! Jetzt! Geld-Icon ist nur ein total bescheuertes Gegentor. Flank doch! Warum flankst du denn nicht? Oh Mann, ey. Danke für dein Abo! Was? Flank für dein Abo? Danke für dein Abo! Ach so! Flank für dein Abo! Oh Mann, ey! Ich störe mich allein für die Halbzeit musst du ein extra Video machen! Alter! Ey, die Halbzeit braucht bitte ein extra Video, Alter! Wenn nicht sogar das ganze Spiel! Das gibt's nicht, Alter! Jetzt aber! Jetzt aber! Ach scheiße! Ich hab Käfer nicht in die Abwehr gestellt! Junge, 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 Junge! Oh oh! Da ist einer gequittet! Wer? Wer's quittet? Dieser Dollberg ist gequittet! Wer's quittet? Wer war vorher da! Wer's quittet hier? Ja, das spielt doch eh nicht für uns, also mir wurscht! Oh! Jetzt! Nein! Was macht ihr? Hab ihn noch gekriegt! Warte, ich laufe! Man pisst mich doch! Jetzt machen wir das aber! Komm! Jetzt machen wir es! Was? Oh! Was war der Abseits? Das ist doch nicht wahr! Ja! Ich begrüß mal die Bande gerade! Hallo! Hallo Bande! Ich muss mal kurz schreien! Ich muss mal kurz pissen! So wie Götze das gemacht hat! Nee, ich mach den Lehmann! Was? Der Lehmann? Lehmann auch! Ah! Der Busfahrer ist falsch abgewogen! Ja, ich hab die Falsch-Ausfahrt genommen! Dann hab ich mal falsch eingestellt! Scheiße! Was? Das ist doch nicht wahr! Ich bin an der Kreuzung links gefahren! Ich hätt aber rechts müssen! Ja! Nein! Ja! Jetzt! Nein! Nein! Alter! Mann, wenn wir das noch verlieren, ey! Das werden wir noch verlieren, safe, Alter! Wir werden das verlieren! Ja! Nein! Wieso? Wieso kommt der Ball nicht bei mir an? Was ist das denn für ne unlogische Scheiße, Mann! Ja! Ja! Jetzt! Oh! Was macht der denn? Schaut mal rein zu grätschen! Sich nen scheiß Ball vom Ausweg zu kratzen, ey! Komm! Ja! Kratzen! Jetzt aber! Jetzt! Jetzt machen wir es! Jetzt machen wir es! Ich hab Angst, Kev zu spielen! Ich hab Angst, Kev zu spielen! Ich hab Angst, Kev zu spielen! Auf Ansage! Ich hab Angst, Kev zu spielen! Ah! What the fuck? Pass rechts! Ich komm rechts! Was? Du bist rechts! Alter! Ach, Digga! Meine Aussprache ist Ubi Türkei! Und dann! Spiel doch! Nein! Jetzt kassieren wir es! Oh! Ne, doch nicht! Spiel! Kev! Spiel! Hab ich noch! Nein! Wer ist Hunter? Ja, OP! OP ist Hunter! Achso! Ich dachte eben... Hä? Oh nein! Jetzt rappelts! Jetzt rappelts! Oh! Ne! Pantef! Oh, Junge, Alter! Was ein Spiel! Weg mit dem Ball! Boah! Schon mal alles gegeben hier! Jetzt! 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 Mach das! Winter! Ja! Nein! Wie kann das was? Hä? Was ist denn... Ich hab doch gesagt, er wird nicht reingehen! Komm mal einer hier zu mir! Ich bin doch ganz hinten! Ich bin doch ganz hinten! Rechts, 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 rechts! Hä? Was? Ja! Er hat ihn auch! Was denn jetzt? Flankt ihr oder was spielt ihr dafür in Schach? Oh! Ich spiel'n Golf! Also wieder aus, ich spiel'n ja Tischtennis! Oh! Ja, stimmt auch! Oh! Nein! Nochmal! Flanke! Eckball! Eckball! Flanke! Golf! Ball! Tor! Ah! So! Einfach in die Mitte! Scheiß drauf! Der wird nicht ankommen, der entholt der Keeper! Wollt ich grad sagen! Ja! Ja! Aus kurzen Ecken gibt's ja auch nix! Scheiße! Hab ich doch gesehen! Oh nein! Oh! Der ist nicht im Abseits! Und der ist einfach nicht im Eierboden! Das kippstich! Ah, der macht auch nicht sein... Ach! Was?! Busfahrer! Ach, Digga! Ich dachte, der passt strammer, Alter! Die alte Stelle ist links und nicht rechts gewesen! Ja, Junge! Mein Navi ist halt scheiße! Ich kauf mir ein neues, dann wär' ich besser! Der Busfahrer braucht denn ne Navi? Junge! Ich bin neulicher von der Strecke, ja! Ich soll erst mal, dass er die Linie fährt! Nein! Ja! Was macht ihr? Mann! Ich hab doch gar nix gemacht! Oh nein! 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 Ja! Ja! Boah! Alter! Digga, wie lust sind die eigentlich? Jetzt mal ernsthaft, dass die gegen uns noch nicht getroffen haben gerade! Ja, aber wir sind auch lust! Jetzt! Jetzt! Ja, ich stehe wieder mal! Spiel doch! Was macht ihr denn da? Oh! Ihr wart alle im Abseits! Klar! Alle! Alle! Halt doch rein! Halt doch rein! Nicht da hin! Ahn! Was machst du da? Was war das denn jetzt? Lukas! Lukas, Alter! Ja, weil der Busfahrer sagt... Weil der Busfahrer sagt, ich soll zu ihm passen! Ich lauf links! Der Busfahrer hat doch nix zu sagen! Wurde doch eben beschlossen! Junge, der Bus ist ja nix zu sagen! Busfahrer hat hier nix zu sagen! Jo, jetzt runter! Der fährt den Bus zu mir nicht! So, jetzt Busfahrer! Mach dein Navi an! Schlagen! Schlagen! Ja! Was? Nein! 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 Abseits! Abseits! Oh! Junge! Was ist das denn? Ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Oh nein! Freistoß Italien, Junge! Und was für ne Distanz! Ich glaub das nicht! Wo ist mein Spieler? Wo ist mein Spieler? Wo ist mein Spieler? Ja! Scheiße! Ich spiel Pro-Club auch! Wo ist mein Spieler hier? Ja! Ich spielte linksverteidiger! Irgendwie spielt er grade rechter Flügel! Ich komm mit! Ja! Jetzt! 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 Ja! Nein! Oh nein! Ich warte auf den gelben! Er ist gelb! Ich! Spiel! Ja! Jetzt! Ganz runter! Mitte! Junge! Ich hab gedrückt! Ja der kam an! Jetzt! Jetzt! Nein! Kev! 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 Kev macht nur noch Wasserträger, Alter! Boah! Was ist ein Spiel! Jetzt! Jetzt! Du! Boah! Spiel nach hinten! Spiel nach hinten! Und dann nach vorne! Jetzt! Jetzt! Letzter Angriff hier! Boah! Die Leute! CPU! CPU! Bist du doof! Boah! CPU! Du bist so scheiße! CPU! Spiel da! Jawoll! Jawoll! Komm! Pass! Boah! Was war's denn das für'n Pass? Verpiss dich Motte! Schwäger zocken! Spiel nach außen! Spiel nach außen! Ja! Mach den! Lukas! Was? 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 Boah! 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 Mach uns raus! Ich muss gefinkeln! Ich auch! Alter! Kurze Pause! Kurze Pause! Woher! Was? Woher! Woher! We are so...